hey vielen dank für 1000 abonnenten das special hat sich ein bisschen verspätet ich komme gleich dazu warum aber erstmal möchte ich natürlich danke sagen danke für 1000 abonnenten danke für 500 twitch follower das möchte man auch nicht vergessen danke für jeden der mich auf patreon support hat über den verlauf des letzten jahres es bedeutet mir wirklich wirklich viel und natürlich auch an twitch subscriber oder auf welchem wege sie mir sonst unterstützt hat also das ist nicht selbstverständlich und was vor allem nicht selbstverständlich ist wofür ich mich besonders bedanken möchte ist die tolle diskussionskultur wir haben generell glaube ich eine coole community aufgebaut jetzt über vor allem über das letzte jahr und ich bin sehr glücklich mit ihr mit euch weil man glaube ich eine gute diskussionskultur bei uns einfach hat man kann seine meinung sagen man kann unterschiedlicher meinung sein man formuliert sie aber nicht man geht auf den anderen ein man sieht ein wenn man selbst ein irrtum hatte dass ich mich ich bin nur mensch ihr akzeptiert dass ich nur ein mensch bin und wir haben einfach eine gute zeit zusammen man kann spaß mit euch haben also vielen dank dafür ich denke das ist auf jeden fall erstmal das wichtigste was man sagen kann natürlich auch vielen dank für alle die einfach nur zugucken die einfach nur ein like da lassen oder die auf den abo button gedrückt haben als dann 999 stand und sie gedacht haben ach kommt jetzt tausendste wo schenke ich noch keine ahnung ich kenne eure motivation nicht warum ihr mich abonniert oder schaut aber ich bin froh dass ihr hier seid jetzt dazu was sich ändern wird erstmal großartig nicht denn ich finde das läuft gut über die letzten jahre habe ich viel erfahrung gesammelt über das letzte jahr vor allen dingen ist noch mal viel passiert und das wichtigste war mir immer dass ich spaß dabei habe und obwohl ich dann wirklich fast täglich ein video rausgebracht habe ist der spaß nicht flöten gegangen das ist ein bisschen runter ich habe es wieder ein bisschen runter geschraubt ja es gab eine zeit da habe ich ja das war anfang letzten jahres täglich angefangen zu streamen täglich 20 uhr live auf deutsch meistens waren 20 uhr live auf deutsch und mir ist aber nie der spaß flöten gegangen gab man schlechtere tage gab man bessere tage aber im großen und ganzen habe ich mich immer gefreut und selbst wenn es mir mal an einem tag schlecht ging und ich habe ins streamen angeschalten hatte ich meine freude dann ging es mir danach eigentlich immer besser beziehungsweise schon währenddessen also dass das gibt mir sehr sehr viel ich habe immer let's plane geliebt ich habe immer die news für euch machen geliebt und darüber reden und über star citizen reden vor einer weile ist es ja dann auch so gewesen dass ich mein kanal in drei aufgeteilt habe also das worauf ihr gerade dieses video seht das ist ja mein hauptkanal würde ich sagen mein star citizen kanal ich habe einfach irgendwann angefangen so viel star citizen content zu machen was ich gedacht habe lassen wir das doch als gesamtprojekt so stehen und lagern wir die anderen games und andere themen aus auf meine auf meinen zweiten dritten kanal quasi racing gaming racing allerlei wo ich zocke wo ich über andere sachen rede ist natürlich auch unten in der video beschreibung verlinkt falls ihr die noch nicht kennt gerne abonnieren und ich finde das hat das hat auf jeden fall dem kanal gut getan das ja gibt mir ein bisschen mehr die die freiheit noch andere sachen zu machen ohne zu denken möchte ich das den 1000 leuten jetzt wirklich vorsetzen nein ich kann einfach sagen gut dann kommt das eben auf den kanal und da wissen die leute genau wofür sie den abonniert haben für verschiedene video spiele oder für allerlei ja wenn ich über bücher spiele programmierung oder irgendwas anderes reden genau aber hier geht es vor allen dingen um den star citizen kanal ich denke die meisten von euch kennen mich über star citizen sei es über twitch sei es über youtube ich freue mich auf jeden fall dass ihr hier seid also habe ich so lange da darum herum geredet was ist denn eigentlich jetzt der plan genau es wird sich nicht viel verändern wie gesagt eine sache gibt es jedoch die sich verändern wird und zwar werde ich hoffentlich ab jetzt jedes jeden wo jede woche ein geschnittenes let's play haben keine sorge wer diesen schnittstil nicht mag das wird ein bisschen zackiger ein bisschen action reicher dass man sich das einfach mal schnell in zehn minuten reinballern kann eine gute zeit hat dafür ist das da das neue video format dazu gleich noch mehr und ansonsten gibt es aber auch noch lang formate let's plays eins pro woche habe ich angepeilt und noch ein bis zwei news episode in der woche und dann noch was auf dem racing gaming channel an spaß an spielen kommt ja dass das ist auf jeden fall der plan das heißt eigentlich ändert sich nicht wirklich was ab jetzt das einzige was sich ändert ist dass noch ein geschnittenes video im besten fall dazu kommt ich hoffe das gefällt euch denn das werde ich tatsächlich ein wenig anders angehen als meinen sonstigen als meine sonstigen videos die ich ja eigentlich alle komplett selber machen und zwar bin ich sowieso der meinung dass ich am liebsten sehr viel geld und das ist am besten dem kanal tut wenn ich geld das ich einnehme und ich nehme mir inzwischen ein bisschen was ein wieder in den kanal reinvestieren deswegen mache ich das sehr viel ich versuche immer die qualität zu steigern die unter den unterhaltungswert den mehrwert für euch zu steigern das ist mir immer sehr wichtig ich versuche immer ein youtuber zu sein ein twitch wie immer zu sein den ich selbst auch angucken würde ich hoffe das schaffe ich ihr habt bis hierhin geguckt vermutlich seid ihr der meinung sonst wäre vielleicht auch gar nicht auf meinem kanal ich versuche trotzdem nicht zu verbessern und dazu zählt auch dass man mal einsehen muss wenn man irgendwann nicht die zeit für irgendwas hat und aktuell habe ich leider nicht mehr zeit zu erbringen was sehr schade ist ich würde das auch gerne vollzeit machen aber das ist einfach aktuell nicht drin aber ich habe gedacht dann reinvestiere ich einfach noch ein bisschen was für das geld und hol mir cutter ran wenn ich das brauche das bedeutet ich habe jetzt tatsächlich den ersten stream dieses jahres der chaotisch war aufgrund von star citizen problem aufgrund von twitch problem wir hatten spaß wir haben gespielt mit wir waren in der hammer hat wir waren in der reclaimer wir haben gegen hammer hat gekämpft es war ziemlich lustig ihr auf youtube habt das aber vielleicht noch nicht gesehen wenn ihr am ersten stream des jahres noch nicht mit dabei war ich habe gedacht da kann man doch bestimmt irgendwas noch draus machen der stream war chaotisch aber ich ich glaube da kann man was draus machen und das habe ich getan ich habe eine challenge gemacht ich habe tatsächlich dieses material an drei unterschiedliche video editors gegeben und habe gesagt macht was draus macht es quasi kurz schneidet es und ich gucke mal welches mir am besten gefällt und das habe ich getan habe das an die geschickt deswegen hat das ein bisschen länger gedauert dieses video jetzt hier denn jetzt habe ich alle drei videos wieder zurück habe sie geschnitten fertig ich lade die allerdings nicht alle drei öffentlich auf meinem kanal hoch das wäre zu viel ist ja letztendlich dreimal dasselbe ihr könnt sie euch allerdings unten in der video beschreibung angucken bzw da sind sie verlinkt plus das auch was jetzt öffentlich ist das kommt sofort mit diesem special es ist was anderes es ist kürzer geschnitten und ich hoffe einfach dass ich euch damit noch ein bisschen mehr varianz was den star citizen content angeht bieten kann ich hoffe das gefällt euch euch gefällt der stil von diesem cutter denn ich werde den vielleicht auch andere öfter mal jetzt zu gerade ziehen um nach möglichkeit wie gesagt einmal pro woche ein so geschnittenes video rauszuhauen denn ich denke das ist ein stil den der vielen gefällt nicht jeder hat auch die zeit um sich ein zwei stunden mining anzugucken vielleicht ist es für die auch ganz schön wenn sie mal was kurz zusammengeschnitten haben wo quasi nur die highlight zusammengefasst sind wir gucken ob das funktioniert wir gucken ob uns das allen spaß macht aber mir gefallen die videos die dabei herumgekommen sind alle sehr sehr gut die entscheidung zu treffen war auch nicht einfach welche sich jetzt quasi öffentlich scheitert wie gesagt wenn ihr euch alle drei geben möchtet könnt ihr das natürlich machen also das ist auf jeden fall das was ich euch dazu sagen wollte aber was ist jetzt für mich vor allen dingen das große das warum ich mich so freue dass wir endlich 1000 abonnenten geknackt haben auf dem auf dem kanal auf meinem kanal das ist vor allen dingen folgendes der community tab also natürlich ich kann jetzt meine videos monetarisieren ob da jetzt viel geld dabei rumkommt oder nicht das ist eine andere frage das ist mir auch nicht so wichtig das meiste geld kommt nach wie vor über twitch rein über patreon rein und da bedanke ich mich noch also wirklich auch danke dafür für diese unterstützung jetzt geht es um youtube aber auch auf twitch haben jetzt 300 500 follower geknackt ich habe da konstant ja um die 50 subscriber was mir einfach viel bedeutet und was eine menge möglich macht an content an verbesserung und so weiter also das auch noch mal am rande aber dieser community tab der ist ziemlich cool denn wir können hier tatsächlich abstimmung machen ich kann solche tollen gifs hier posten ich kann einfach mit euch noch ein bisschen besser interagieren wenn ihr nur auf youtube unterwegs seid kleine anmerkung dieser community tab oder diese post in diesem community tab die seht ihr auf eurem mobil gerät in der youtube app auch so im feed solltet ihr sie angezeigt bekommen auf youtube wird ihr euch nirgendwo einfach angezeigt da müsstet ihr dann auf den community tab hier drauf gehen der setzt quasi unseren alten diskussions tab und da könnt ihr dann abstimmen oder ihr guckt einfach aufs handy ich denke viele von euch besitzen ein mobiltelefon ein smartphone ein so genanntes wenn nicht der link ist unten dann könnt ihr auch gerne einfach direkt hier drauf gehen hier zum beispiel vielen dank für 67 stimmen auf welches auf die rückkehr welches format freut ihr euch das werde ich heute auch im stream ja ein bisschen besprechen vielleicht kommt das auch in ein oder anderen form noch auf youtube ist eigentlich der plan also haltet ausschau in meinen zukünftigen videos ob da vielleicht irgendwo ich über dieses das hier über diese abstimmung hier spreche das möchte ich nämlich und das finde ich toll das war von anfang an ein feature auf das ich mich sehr 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 gefreut habe wo ich immer gedacht habe wenn ich die tausend knacke dann kann ich endlich diesen community tab nutzen und euch natürlich über werbeanzeigen das geld aus der tasche ziehen so funktioniert das nicht und euch über werbeanzeigen die kommerziellen produkte um die ohren knallen lassen von youtube automatisiert wodurch ich einen kleinen teil des gewinns abkriegen so passt besser also vielen vielen dank auf jeden fall dafür an youtube dass ihr mir jetzt auch diese funktion freigeschaltet habt ja also dass so viel dazu ich wollte aber auf jeden fall heute auch noch mal ein ganz kleinen überblick über meine geschichte geben auf youtube denn es war ja nicht immer alles so wie es jetzt ist angefangen angefangen hat das alles tatsächlich mit diesem video hier direkt hinter mir das ist ein fallout video denn meine ersten videos und die sind auch noch online auf meinem kanal sind fallout videos das im speziellen absurd viele klicks bekommen das ist meine wort 88 room tour wo ich ja einfach eine führung durch meinen in fallout 4 gebauten bunker world gemacht habe und das hat mir spaß gemacht den zu bauen das hat mir spaß gemacht den zu zeigen aber ich denke ich denke ich verlinke das video und dann könnt ihr mal sehen wie krass sich die qualität von meinem content hoffentlich seitdem für euch verbessert hat und ich hoffe das geht eigentlich nur nach oben wir sind auf einem guten stand ich denke wir sind auf einem guten stand wo man mich durchaus angucken kann aber hier und da gibt es immer noch sachen die man verbessern kann ich bin und offen für verbesserungsvorschläge deswegen auch discord wir haben ja auch inzwischen eine große community auf disco also falls ihr noch nicht auf unserem community das gott ihr seid herzlich eingeladen wenn ihr dieses video gerade guckt dann gehört ihr offensichtlich zur community oder wollten teil dessen werden da haue ich informationen raus was ich streame wir reden über verschiedene spiele vor allen dingen auch über star citizen ja und da haben wir eine gute zeit zusammen meistens chatten wir nur aber der voice chat steht euch offen falls sie untereinander reden wollt das ist auf jeden fall so und danach wirklich über hellen habe ich sehr sehr viele von euch ja erwischt gekriegt zum abonnieren gezwungen quasi schon hellen haben einfach nicht so viele gespielt glaube ich also so viele youtuber gespielt und gestreamt und gezeigt und mir hat das spiel sehr viel spaß gemacht macht es immer noch wenn ich das jetzt spiele dann kommt es immer auf dem zweiten kanal aber schaut da gerne vorbei da hat die ich hatte auch neulich wieder hellen gespielt dort mit euch auch auf twitch ja und von dort aus ging es ging es dann weiter also sekiro habe ich gespielt mehrfach durchgespielt auch im new game plus ich habe hot dogs hauschuss und handgunn jetzt gespielt ganz viele verschiedene spiele habe ich gespielt ganz viele verschiedene arten von formaten habe ich ausprobiert commentaries einfach komplett ohne kommentar lange let's plays let's play rein einzelne let's plays kategorien verschieden habe ich auch probiert auch im letzten jahr ich finde das ist einfach ein prozess der immer vorangehen muss wo man immer wieder sagt das funktioniert das können wir behalten aber hier ich habe eine neue idee oder entweder die funktioniert und funktioniert nicht ich finde man muss sich immer weiterentwickeln und ihr habt ja auch mit mir schon länger dabei sein über das letzte über die letzten jahre so viele verschiedene hairstyles von mir mitgenommen wenn ihr die tab fanden jetzt so runter scrollt dann dann seht ihr auch wirklich wie wie meine haare kürzer werden dann mal wieder langsam quasi oder wieder kürzer werden so weit ihr hat wachsen und es ist lustig und auch mit dem fanden jetzt und so weiter also ich finde das ist ein ständiger lernprozess das ist das ist auch einfach ein ständiger lernprozess und ich hoffe sehr dass das euch das einfach generell gefällt dass ihr spaß haben so viel spaß wie ich an der ganzen sache ab ist es arbeit aber ich würde sich machen wenn es mir keinen spaß machen würde und ich hätte nicht gedacht als ich vor einem jahr angefangen habe regulär zu streamen dass es mir so viel spaß machen würde noch nach einem jahr was ich habe gedacht das ist wie viele sachen die ich meinem leben gemacht habe wo ich übertrieben habe und dann keinen spaß mehr hatte oder ist einfach aufgehört habe das zu machen aber nein ich habe täglich gestreamt monatelang und habe den spaß nicht verloren ich habe dann bewusst ein bisschen reduziert ja ich wollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr sozialleben haben das war durchaus nichts aber ich habe mich nie kaputt gemacht das war mir immer wichtig ich habe nie gesagt ich streame acht stunden jeden tag weil ich gedacht habe das funktioniert nicht ich kann ich will auch keine acht stunden videos auf youtube hochladen ich habe mir also mein mein ziel war immer mehr wert zu bieten und immer energiegeladen auch zu streamen und energiegeladen youtube videos zu machen ich wollte nie dass sich das anfühlt für euch oder für mich als ob ich das machen muss als ob ich da keinen spaß mehr dran hätte ich will das einfach so weiterführen ich möchte wirklich youtube und twitch weiter machen werde ich auch so gut es geht und viermal die woche ab 20 uhr bin ich ja live da oben steht dienstag donnerstag samstag und sonntags 20 uhr natürlich da fällt auch mal hier ins film raus da kommt auch mal da ein zusätzlicher stream aber meistens bin ich zu der zeit da und versuche euch zwei drei vier stunden selten vier stunden einfach mit spaß und spannung zu unterhalten ob das jetzt ob wir unsere austausch über youtube kommentare geht oder über direkt über den twitch team über oder über discord hauptsache wir sind in einem guten diskurs miteinander wir reden miteinander wir haben spaß miteinander wir teilen meinungen beteiligen emotionen und wir reden was sachen die uns sehr viel spaß machen star citizen ja so sehr wir auch manchmal vielleicht hier und da nicht unbedingt gefallen an einigen sachen finden gehört das mit dazu und ich mag das projekt sehr gerne mein kanal ist aufs das sind ausgerichtet mein hauptkanal zumindest und auch da aber ich sehe ich sehe ich positiv in die zukunft so also ich habe viel gelernt unsere community ist toll zusammengewachsen finde ich und sie wird immer größer also auch wenn ihr jetzt denken jetzt habe ich verpasst dem raisen irgendwie zu schreiben mal zwischendurch ist auch kein problem sag einfach high im chat sag einfach high auf youtube das ist voll ich weiß jetzt kommen bestimmt viele viele kommentare einfach nur high unter diesem video nein es gibt auch leute die sind nicht so interaktiv unterwegs und trotzdem zähle ich sie als teil der community sie sind vielleicht nicht der der aktive teil der community der an irgendwelchen contests mitmacht der interagiert der fragen stellt und so weiter das ist aber nicht schlimm ich respektiere jeden der oder ich freue mich vor allen dingen auch über jeden der auf mein video klickt lag da lässt und dem es gefällt dem das was gibt dem das spaß macht denn dann merke ich ich habe ich habe was gemacht was mir was bedeutet denn egal was ich bisher in meinem leben gemacht habe an kreativ projekten oder so das ziel war eigentlich immer leuten in irgendeiner weise ein lächeln aufs gesicht zu geben und ihr habt mir oft genug das gefühl gegeben dass ich das geschafft habe und das gibt einem unheimlich viel wenn das das eigene lebensziel ist quasi mehr oder weniger ich will es nicht so übertreiben aber ich habe immer gedacht egal ob ich bücher schreibe egal ob ich podcasts mache egal ob ich youtube videos für euch mache oder streame oder ja einfach nur ein blog post schreibe solange irgendjemand da draußen ist der das cool findet was man macht und der eben im besten fall lächelt weil es ihm gefällt das ist mein ziel ist es auch immer noch und ich denke das wird es auch bleiben auf absehbare zeit also vielen vielen dank dafür also wir werden in zukunft hoffentlich weder weniger konnte haben aber dafür besser strukturierten besseren content generell hoffe ich und wir werden auch weiterhin viel spaß haben also vielen dank fürs zusehen vergesst nicht unten gerne mal die videos anzugucken die ich noch verlinkt habe falls euch noch die unterschiedlichen schnittstile gefallen und gehabt euch wohl habe ich das schon jemals gesagt ich bin mir nicht sicher sollte ich dann wie lange hat uns das heyo sorry dass das fällt mir gerade noch ein das heyo das ist mir irgendwann auch mal eingefallen ich habe gedacht hey go und dann habe ich damit immer meine videos angefangen ich finde es immer noch toll also ich hoffe das gefällt euch unterstützt mich gerne weiterhin das bedeutet mir wirklich viel auf patreon als subscriber auf twitch oder auf irgendeinem anderen wege auf dem ihr mich finanziell erreichen könnt und mir ja damit ermöglichen könnt was ich mache denn ich mache das super gerne aber je mehr geld ich habe desto reicher bin ich letztendlich und das ist doch letztendlich das worum es geht das und lächeln vergesst das lächeln her mit eurem geld ist denn patreon und so ist auch alles unten verlinkt nur so nur so und kauft meine bücher und alles ja hashtag eigenwerbung keine ahnung bin ich komplett raus wollte ich doch irgendwas sagen ich glaube nicht ich glaube wir wir gucken hier noch mal kurz nur noch mal kurz rein Twitch mein youtube channel Twitch mein youtube channel Twitch mein youtube channel guckt da gerne rein also vielen dank fürs zusehen hinterlasst dem video gerne ein like falls euch das gefreut hat was ich gesagt habe und auch gerne ein abo falls ihr denkt oder herr 1000 abos den abonniere ich jetzt auch mal nachdem ich sein 1000 abos special gesehen habe wir sehen uns dann das nächste mal bis bald 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 Vielen Dank.